Herzlich Willkommen auf meinem Kanal der neue Busfahrer. Ja, das Jahr geht zu Ende 2023. Das neue Jahr 2024 beginnt in Minimum-Momenten. Ja, ich wollte mich bedanken für die Treue, alle Zuschauer, die sich meinen Kanal anschauen oder angeschaut haben, die den Kanal abonniert haben, von Freunden, Bekannten und anderen Leuten. Genauso bedanke ich mich bei Kai Der Hund, der auch Werbung für mich gemacht hat auf seinem Kanal. Danke dir. Ja, allen anderen natürlich auch. Das Jahr 2024 wird natürlich weitergehen mit neuen Videos. Ja, heute habe ich die Abonnentenzahl 200 erreicht. Wahnsinn, ich bin so überrascht darüber, hätte ich nicht mit gerechnet, so viele Abonnenten zu bekommen. Schauen wir mal weiter, was das nächste Jahr 2024 uns bringt. Ja, danke für eure Anregungen, Wünsche, die werde ich natürlich berücksichtigen, so weit wie es geht. Alles andere kommt in den Kommentaren. Bis dahin kommt alle gut ins neue Jahr. Euer Ken, der neue Busfahrer.